Letztes Mal die 121 Ford Classic, 7-jährige in Hannover gezogene Waller von Fly High 1 aus einer Cassis Mutter, vorgestellt von Christoph Brüße, Reit- und Jagdclub von Rotterberg. Schöpfe, Schöpfe, Schöpfe. Schöpfe, Schöpfe, Schöpfe. So sehen Sie aus, meine Damen und Herren. Fehlerfrei zum Schluss 53,70 Sekunden und wir kommen in wenigen Minuten zur Siegerung im Preis der Schwabengarage AG. Schöpfe, Schöpfe. 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 Schöpfe.